Römisch 3, die Lila der letzten Jahre. Chaitanya kommt nach Shantipur. In Klammer Chaitanya Bhagavata Shesha Kanta 1. Die Nacht nach dem Sanyas Nehmen blieb Prabhu in Kantaka Nagar. In Klammer Katwa. Nachdem er eben Sanyas genommen hatte, gab er dem Mukunda sofort den Auftrag, Kirtan zu tun. Und Prabhu fängt zu tanzen an, alle Bhaktas singen. Fußnote 456 Das heißt, Chaitanya denkt überhaupt nicht daran, das zu tun, was die Pflicht der Sanyasis in der Nachfolge Shankara Acharyas ist. Auf den Bettelgang zu gehen, in Abgeschiedenheit zu meditieren, stumm und ernst zu sein und so weiter. Schwer atmend, in Schweiß, Zittern, Herrchensträuben, Brüllen, zahllose Veränderungen sind in seinem Leibe. Die Bhaktas singen. Er donnert wie zahllose Löwen und wenn er stürzt, erfasst die Bhaktas Furcht. Wo waren Stab und Wassergefäß hingefallen? In Bremer zu sich selbst war der Herr Vaikuntas trunken. Und tanzend, tanzend, erfasste Prabhu den Guru und umarmte ihn innigst. Und die ergreifende Gnade von Prabhus Umarmung verursachte, dass Kesha-Vaparati sofort Bremer Bhakti hatte. Und auch er warf Stab und Wassergefäß von sich und tanzte und rief, »Hari« und in Rasa von Bremer verliert Kesha-Vaparati das Bewusstsein der Außenwelt, stolpert umher, das Tuch bleibt nicht am Ort. Die Leute, welche die Gnade sahen, die Prabhu ihm erwies, riefen »Hari« und zufriedengestellt tanzte Prabhu mit dem Guru und in großer Freude singen alle Bhaktas. Bhagavan als Bester der Sannyasis. Er, den die vier Veden in tiefer Versenkung nicht sehen können, tanzt mit ihm. Am Morgen offenbarte Prabhu Bewusstsein der Außenwelt. Er nahm Abschied von dem Guru und sagte, »Ich gehe jetzt in die Waldwildnis, damit ich zum Herrn meines Lebens, Krishna Chandra, komme. Der Guru sagt, »Ich will bei dir bleiben und zusammen mit dir Kirtanspiele tun.« Aus Gnade nahm Prabhu ihn mit sich. Der Guru voraus, er folgend. So gehen sie in den Wald. »Hari«, rufend, schreit Prabhu in der Richtung nach Westen. Aus dem Drama Chaitanya Chandrudayam, 5. In Klammer. Es tritt auf Krishna Chaitanya und hinter ihm Nityananda. Fußnote 457. Stellen in runden Klammern in dieser Szene stammen vom Autor Kavi Karnapurna. Stellen in eckigen Klammern sind Ergänzungen des Übersetzers. Nityananda. Wie von heftigem Wind geführter Lotus-Pollenstaub eilt er dahin. Schnell laufe ich, und doch vermag ich ihm nicht zu folgen. Die Wirkweisen aller seiner Sinne sind aufgehoben, und dennoch eilt er dahin. Und ich sehe nicht das Ziel und wohin er sich bewegt. Weg oder Umweg gibt es nicht für ihn. Keine Sinnesdinge sind da für seine Augen. Weder oben noch unten. Wasser oder Wald. Wie ein Waldelefant, der nichts unterscheidet, eilt er dahin. Er sieht nicht das vor ihm liegende oder zurückliegende. Er hat nicht einmal Wahrnehmung seiner selbst. Doch was soll ich jetzt tun? Seit drei Tagen fasten. Kein Schluck Wasser. Von anderen Dingen gar nicht die Rede. Ein Ländenschutz bloß ist seine Kleidung. Er folgt lediglich dem Versinken in seine eigene ewige Freude. So geht er dahin. Und der von Zeit und Raum Unbegrenzte weiß nichts von Tag und Nacht. Was soll ich bloß tun? O Gauranga, du Wohnung der Gnade. Entfalte Gnade zu mir, dem Gequälten, und habe Liebe zu mir. Runde Klammern. Er steht eine Weile und holt im Geist ein wenig Atem. Und doch, dass Mahaprabhu seinem eigenen göttlichen Glück untertan ist, eben dieses ist jetzt das Mittel, uns am Leben zu halten. Er irrt umher und vermag die Richtung nicht zu erkennen. Ich werde ihn in das Haus Advaitas führen. Runde Klammern. Also ermutigt er sich selbst und folgt Mahaprabhu weiterhin. Stimmen hinter der Bühne. Sakkari. Runde Klammern. Wiederholt laute Stimmen. Nityananda. Es ist außerordentlich wundersam, dass die Kuhhirtenknaben, in Klammer Goppa, die Bhagavan gesehen haben, spielbegierig, mit Achtung, mit Bhakti, mit Vertrauen, mit beglückenden Erstaunen laut rufen. Sakkari, Bhagavan. Die wiederholten Hari-Rufe hören, als ob er sich gleichsam bis zu einem gewissen Grad aus dem Ananda-Tiefschlaf seines Bewusstseins erhöbe, geht dem Hari-Ruf nach. Seine Augen öffnen sich voll und er schaut hin. Nityananda das beobachtend. Oh, diese Goppa-Knaben haben uns wirklich Gutes getan. Das Mahababu, der diese Hari-Rufe gehört hat, nun wie eine ist, der ein ganz klein wenig aus dem Ananda-Schlaf aufsteht, wie von einem großen Mantra angezogen, dem Weg, von dem die Stimmen kommen, nachgeht. Fußnote 458. Schlaf bedeutet hier kein dumpfer Schlaf, sondern die Welt nicht wahrnehmen. Bhagavan. Sag Hari, Sag Hari. Er wiederholt das viele Male. Die Hirtenknaben treten auf, sie werfen sich ringsum vor Chaitanya nieder und im Takt in die Hände schlagend tun sie Hari-Sankirtan. Bhagavan mit Begier hinhörend und einen Augenblick im Weiterlaufen innehaltend. Nityananda. Zwar hat er beide Augen geöffnet und doch sieht er kein Sinnesobjekt und während er halb taub ist, hört er etwas, ohne die Bedeutung zu erfassen. Bhagavan, seine Lotus-Hand auf die Häupte der Hirtenknaben legend. Wohl habt ihr getan mit eurem Kirtan. Durch das Singen des Namens Bhagavans habt ihr mich das Ziel des Lebens erreichen lassen. Nun sagt mir, auf welchem Wege kommt man nach Vrindavan. Nityananda in Freude. Das ist meine günstigste Gelegenheit. Er bringt einen der Knaben an sich heran und sagt ihm, du, zeige mal diesen Weg da als den Weg nach Vrindavan. Der Knabe zu Nityananda. Ich will tun, was ihr sagt. Er geht zu Bhagavan hin und sagt, Bhagavan, das hier ist der Weg nach Vrindavan. Er zeigt den von Nityananda gewiesenen Weg. Der Knabe grüßt ehrfürchtig und verschwindet. Nityananda. Oh, jetzt bin ich gerettet. Mein Wunsch geht in Erfüllung, denn jetzt werde ich ihn auf den rechten Weg nach Advaites Haus bringen können. Er folgt Mahabrabhu auf dem Wege. Wie kommt es, dass Mahabrabhu mich nicht kennt? Die anderen kennt er doch wenigstens ein klein wenig. Ich will mein eigenes gutes Glück prüfen. Er geht nahe an Mahabrabhu heran. Mahabrabhu geht weiter und heftet den Blick an den Himmel und sagt, wie weit ist es noch nach Vrindavan? Nityananda kommt heran. Deva, in einem Tag kann man nach Vrindavan kommen. Bhagavan, in tiefem Erstaunen, wie in einem Zwischenzustand zwischen Traum und Wachen. Was? Du bist Shripada, Nityananda, Fußnote 459, Shripada, ehrerbietige Anrede, vielschichtiges Wort, die oberflächliche Bedeutung etwa heilige Füße. Nityananda. Deva, ich bin, nachdem er die Worte halb ausgesprochen hat, erstickt seine Stimme in Tränen. Bhagavan, schrieb Hada, von wo kommt er her? Nityananda. Nityananda. Ich habe gehört, dass der Deva nach Vrindavan gehen will und weil ich begierig war, ihn, in Klammer, oder es, Vrindavan, zu sehen, bin ich gegangen und habe Gemeinschaft mit euch erhalten. Bhagavan, ausgezeichnet, kommt mit mir. In Ananda schreit er aus. Nityananda. Bhagavan, in diese Richtung. Und nachdem er ihn ein wenig geführt hat, Bhagavan, ein klein wenig von hier entfernt, ist die Bhagavati, Yamuna. Es ist gut, zum Baden dorthin zu gehen. Fußnote 460. Bhagavati. Feminin von Bhagavad, die zu Bhagavan gehörige, die von seiner Gotteskraft erfüllte, eine Form seiner eigenen Prima-Shakti, in Gestalt des heiligen Stroms. Gleich der Ganga entspringt auch die Yamuna von Krishnas Füßen. Die blau leuchtenden Wellen der Yamuna bedeuten die Wogen des höchsten Rasa, in Klammer, Shyama-Rasa, Shrinkara-Rasa, der dienenden, erkennenden Gottesliebe. Bhagavan. Oh, ich werde heute die Yamuna schauen dürfen. Nityananda. Sicherlich. Bhagavan, in ekstatischer Freude. Schrieb Hada. Wo ist sie? Wo ist sie? Nityananda. In diese Richtung, in diese Richtung. Bhagavan, hier ist die Yamuna. Bhagavan grüßt den Strom ehrfürchtig in Aananda und singt eine Strophe zum Preis der Yamuna. O du ewiges Gefäß, höchster Prima, Krishnas, des Sohnes Nandas, der Erkenntnisglückssonne. O du, deren Leib flüssiges Brahman ist. Du Läuterin der Sündigen. Du Wohltäterin der Welt. Du lautere, läutere unseren Leib. Du Tochter des Freundes. Fußnote 461 Der ewige Freund, Mitra, ist Krishna. Mitra ist auch die Sonne. Hier die Chit-Sonne aller göttlichen Bewusstseinswelt. Nityananda. Bhagavan, badet hier. Bhagavan, wie du wünschst. Er badet. Nityananda, zu sich selbst. Nun, ich bin froh. Oh, jetzt ist der wilde Elefant still geworden. Und das, was noch zu tun übrig bleibt, werde ich wohl auch noch zustande bringen. Er schaut umher und ruft jemanden. Es kommt ein Mann, der ehrerbietig grüßt. Nityananda, leise zu ihm. Nicht weit von hier, auf der anderen Seite der Ganga, ist Bhagavan Advaitas Haus. Gehe eiligst hin und sage. Nityananda, mit einem gewissen Sannyasi, ist in der Nähe und wartet auf ihn. Es eilt sehr. Der Mann. Das will ich tun. Er geht schnell ab. Nityananda. Heute sind es schon drei Tage. Nicht einmal Wasser habe ich angerührt. Ich will einmal baden. Er tut es. Stimme hinter der Bühne. Gefesselt sind die Ströme meines Lebensatems. Mit den Fesseln der Hoffnung auf seinen Anblick. So, dass sie, obwohl sie ganz hilflos sind, doch nicht wegzugehen vermögen. Nityananda, die Stimme aus der Ferne hörend. Oh, der Acharya, in eckigen Klammern Advaita. Jetzt ist meine schwere Last leicht geworden. Dann Bhagavan anschauend. An seinem Leibe laufen die Wassertropfen entlang und er ist ganz nass. Aus Schamgefühl hat er das Kaupina, das straffe Tuch um die Geschlechtsteile, das von den Mönchen getragen wird, nicht ausgerungen. Ich sehe den golden strahlenden Goranga, der wie ein großer Elefant aus dem Wasser kommt. Sein Kopf und seine Schultern bedeckt mit rotem Lotus. Wie lange dauert es noch, bis Advaita kommt? Er schaut aus. Dann tritt voll Sehnsucht Advaita auf, begleitet von einer großen Schar der ewigen Begleiter Chaitanyas. Oh, dieser, dieser ist der Deva. Ohne Scheitelhaar, mit seinem rötlichen Tuch des Sanyasi, sieht er so anders aus. Und doch mit seiner golden strahlenden Prima-Gestalt leuchtet er uns entgegen als die Fülle von Schönheit und Anmut. Oh, wie lieblich macht das rote Gewand den goldenen Leib des Deva, der dem rötlichen Gewande ähnlich ist. So sprechend geht er schnell auf Bhagavan zu, dessen Augen geschlossen sind und weint rückhaltlos, Bhagavan schnell die Augen öffnend. Was? Ihr seid der große Advaita Acharya, Nityananda. Ja, er ist es, Bhagavan ihn fest umarmend. Sagt, wie wisst ihr, dass ich hier bin? Oder seid ihr mir Schritt für Schritt nach Vrindavan nachgefolgt? Oder ist dies alles mein Traum? Advaita, mit Tränen zu sich selbst sprechend. Oh, der Deva hat hier den Anblick Vrindavans. Dann laut. Das ist nicht euer Traum. Ich bin es ja, der Armselige. Er fällt zu Boden. Der Deva, ihn mit beiden Armen umarmend und aufhebend mit Tränen. Hey, Advaita, du bist Vrindavan, denn in dir ist unaufhörlich das Vereinsein mit den Lotussen der Füße Bhagavans. Sag, wo bin ich hier? Advaita, das ist die Ganga und dort am anderen Ufer steht mein Haus. Bhagavan im Bewusstsein der Außenwelt. Oh, schrieb Hada, Nityananda, ihr habt gesagt, dass hier die Yamuna ist. Nityananda. Ob nun hier die Yamuna ist oder nicht, das wisst ihr ja. Fusnote 462 Ganga und Yamuna fließen nach ihrer Vereinigung im gleichen Strombett. Nach der esoterischen Deutung entspricht die Ganga, der Prema Bhakti, und die Yamuna, dem Rasa, der Prema Bhakti, dem Sringara Rasa. Bhagavan. Da bin ich also zum Spieler gemacht worden durch das Spiel von Sri Pada. Fusnote 463 Die innere Lila ist andauernd ein dramatisch bewegendes Spiel, voll Initiative des einander liebenden Dienens. Nityananda. Sein Danda Grahana ist mir zur Strafe geworden, denn seit drei Tagen entbehre ich des Essens, während der Deva im Erfahren seines eigenen göttlichen Ananda Befriedigung erlangt hat. In Klammer Den Mönchsstab ergreifen und auch Strafe. Wortspiel Advaita, aus der Hand eines der Begleiter, einen anderen Ländenschurt und ein Gewand nehmend. Vorher habe ich ihm ein Gewand angelegt, und jetzt lege ich ihm ein Gewand an, das dem Bettelmönch ziemt. Die Schönheit ist die gleiche und die gleiche Gnade seines Gesichts. Doch, oh weh, ungleich ist beides für unsere Augen. Nicht weit entfernt ist mein Haus. Mögen Bhagwans Lotusfüße es segnen. Bhagavan. Also zu diesem Zwecke bin ich von Sri Pada hinters Licht geführt worden. Advaita. Niemand kann euch in das Licht führen. Aber während einige sagen, dass Bhagavan, obwohl er Gott, der Herr, der Eigenwillige ist, durch seine eigene Maja hilflos erscheint, so sagen wir, all sein Lila-Spiel ist wie die Lila eines Knaben. Und beides, sein Herr-Sein und sein Lila-Spiel ist ewige Wahrheit. Nityananda hat keine Schuld, denn er, Sri Pada, trägt Sri, die Liebesmacht Gottes. Und er, als Ananta, vermag selbst Krishna, den Herrn der Sri, zu tragen. Und was er getan hat, beweist eben, dass er, Sri Pada ist. Jetzt aber, bitte geht weiter, nehmt eure erste Bettelmahlzeit in meinem Hause ein. Ein Bote war nach Navadvip geschickt worden. Nun kommen von dort zahllose Menschen und drängen sich um das Haus, um Chaitanyas Anblick zu erhalten. Advaita hinschauend. An die Spitze haben sie die Mutter Bhagavans, Saji, gestellt und sie kommen, Schrievers und die anderen Herzensfreunde, Kinder, Jünglinge und Alte. Es scheint so, als sei es wieder die alte Zeit und der alte Ort. Bhagavan, schnell von der Terrasse herabspringend. Die Torhüter lassen Saji mit Ehrerbietung herein. Bhagavan beugt sich ehrfürchtig grüßend vor ihr nieder. Die Mutter, mit Furcht und Bhakti und mütterliche Liebe und tiefer Zuneigung, während ihre Haare sich sträuben und ihr die Tränen herabrennen und ihre Stimme bricht, sagt auf Sanskrit, eckige Klammern, sie, die dann, wenn sie Bewusstsein der Welt hat, nur die Volkssprache spricht. Ist das deine Entsagung? Ist das Gottesmacht? Oder ist das der höchste Raser in Gestalt? Oh, Kind, ich sehe dich wie ein Kind, das der Mutter Milch trinkt. Ich habe dich jetzt bekommen und werde dir nie wieder entsagen. Bhagavan Chaitanya Oh, Bhagavati, Mutter der Welt, das ist die höchste Frucht, zu der die Schlingpflanze der mütterlichen Brema Bhakti anzuwachsen vermag. Er beugt sich wieder ehrfürchtig nieder. Die Mutter umarmt ihn abermals. Der Deva beugt sich nochmals ehrfürchtig vor ihr nieder. Advaita selbst hebt sie auf und geleitet sie in das innere Haus. Bhagavan umarmt den einen nach den anderen, berührt sie, schaut sie an, fragt sie und erregt in ihnen immer neue, frische Brema Bhakti. Bhagavan Advaita, Advaita, ich habe mein Leib in die Strömung des höchsten Krishna Raser geworfen. Durch die heftige Gewalt der Wellen, ob man nun Glück oder Leid dadurch erlangt, wird mein Brema lebendig. Jetzt kommt, mit eben diesen immer da Gesehenen, den ewigen Begleitern, wollen wir uns gemeinsam in Heimlichkeit niedersetzen. Chaitanya Bhagavata Shishakanda 2 Die Nacht verbringt Gaurasundara in Advaitas Haus in Shantipur, mit vielen Gesprächen über das Geheimnis, das er selbst ist. Am Morgen kündigt er an, dass er auf Rat der Mutter nach Nila Chala Puri gehen wolle. Und nach dem Anblick des Monds von Nila Chala, des Gottesbilds von Krishna als Chaganath, der Herr des Weltalls, wollte er wieder zurückkommen und wieder mit ihnen beisammen sein. Die Barctas geben zu, dass sie keine Kraft haben, sich Brabus' Willen zu widersetzen. Doch es sei eine böse Zeit, es sei nicht gut, jetzt seinen Fuß auf die Straße zu setzen. Zwei Königreiche liegen im Krieg miteinander und Räuber haben ihre beste Zeit. Und sie bitten ihn, erst nachdem diese Katastrophe vorbei sei und Ruhe eingetreten sei, aufzubrechen. Doch er sagt, Katastrophe oder nicht, ich muss gehen, dies ist mein fester Entschluss. Die Barctas weinen in Prema. So wie die Gopis. Als Krishna nach Mathura ging und sie in einen Ozean von tiefem Weh versunken waren. Und ebenso wie die Gopis, blieb ihnen irgendwie ihr Leben erhalten. Und wirklich, es ist derselbe Prabhu. Es sind dieselben Bhaktas. Es ist dasselbe Erleben. Chaitanya Chandrayam 5 Und am Morgen des vierten Tages, nachdem er mit allen beraten hatte, ging er mit Nityananda, Jagad Ananda, Damodara und Mukunda fort. Als Advaita Acharya sah, dass er mit diesen vier Bewohnern von Navadvip fortging, weinte er bitterlich. Doch der Deva sagte zu ihm nichts und ging fort. Es gibt auch kein Kommen und Gehen wegen des Krieges zwischen dem König von Orissa, in Glammer, Bratapa Rudra und dem mohammedanischen Herrscher über Gauda, Bengalen. Wie kommt es dann, dass er mit diesen Vieren zusammengeht? Er ist der innere Lenker und Zeuge in allen Wesen und der natürliche Freund aller Welten. Er hat keinen Gegenstand des Hasses und wer könnte ihn hassen? Er schritt mit den Freunden durch beide feindlichen Armeen hindurch.